Was sagen Fans zu Helenes Konzertabsage? Komplett ausverkauften Konzerte in der Mercedes-Benz Arena müssen nun verschoben werden – haben ihre Fans Verständnis dafür? Via Instagram ließ die Sängerin die unerfreulichen Neuigkeiten verkünden, trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert. Von den meisten Usern bekam die Sängerin liebevollen Support. Helene, mach dir keine Gedanken! Gesundheit geht vor und die Konzerte laufen dir ja nicht davon. Auf dass du bald wieder fit und munter auf die Bühne zurückkommst, kommentierte ein nachsichtiger Nutzer. Wir stehen alle hinter dir, gute Besserung, schrieb ein Weiterer unter den Post. Vereinzelt wurden allerdings auch verärgerte Stimmen laut. Besonders die Tatsache, dass die Konzerte angeblich nicht früh genug abgesagt wurden, weil man auf die Genesung der Musikerin gehofft hatte, sei ein Unding. Was hat sie für Medizin bekommen, die bis Punkt 12 hätte wirken sollen? Absolute Frechheit! Ersatz-Amin könnt ihr euch sparen! Ich komme nicht wieder, wetterte ein Betroffener. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.